Slowakisch, kroatisch, norwegisch oder deutsch? Hier kann es alles sein. Verschiedene Dialekte in Deutsch. Das sind, glaube ich, zwei norwegische Instagram-Zwillinge. Das ist das Pendant zu Lisa und Lena. Ich habe mir sagen lassen, es ist das Pendant zu den Lockys. Aber ansonsten muss ich gleich direkt sagen, wir schauen weiter. Hast du recht, es sind die norwegischen Instagram-Stars. Was auch immer das bedeutet. Und Luke hat den Matchball.